Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bobo-Robo-News. Es ist der Mittwoch, der 28. September und in zwei Tagen, und das ist der Freitag, kommen die neuen Legs, die Sprinter-Legs, die, wie Freegem uns immer wieder deutlich machen muss, die wir wirklich auch gewartet haben, ihr wolltet die, das sagen sie immer wieder. Ja, witzigerweise war der Model-Preview erst ohne die schöne GIF und ohne die Stats und war erst nur wirklich das Model-Preview und dieser Text hier vorne. Ich dachte schon, warum sollte ich jetzt davon eine News machen? Wollte mich verarschen. Ich dachte, am Mittwoch kriege ich eine Patch-Notes. Die kommt wahrscheinlich am Morgen, weil witzigerweise releasen sie erst Freitag. Und stattdessen haben sie heute hier einfach mal ein paar Sachen hinzugefügt noch und habe mich dann doch dazu bewogen, mal kurz ein Video zu machen. Und zwar sieht man hier die Mech-Legs, wie sie einmal rüber springen. Es ist interessant, dass die halt so eine Animation haben, dass die erst wie eine Düse nach vorne gehen und dann, wenn sie auf den höchsten Punkt angekommen sind, sich auf den Fall vorbereiten. Wobei die Animation ein wenig unflüssig, ein bisschen schnell und hackig wirkt. Aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Interessant ist halt, die Parabel hier ist ziemlich, ziemlich, ziemlich weit. Das muss man schon mal sagen. Ganz anders wie bei den anderen Mech-Legs. Die Werte sind ein bisschen, da kann man ein bisschen diskutieren drüber. Da bin ich mit ein paar Sachen nicht ganz einverstanden, ehrlich gesagt. Erstmal die Kosten. Wir haben hier für die Kleinen 12.000 oder 13.000 und hier 50.000 für die Größeren. Und wenn man sich die Kosten anguckt in der Forge für die Beine, dann sieht man, dass es doppelt so teuer wie die Epic-Legs hier. Und das ist ein bisschen seltsam, dass sie entschieden haben, sie halb so teuer zu machen wie die legendären Beine und die Beine davor auch teurer wie die Rare-Beine. Ich schätze, dass die Beine selber Rare und Epic sein werden und nicht Epic und Legendary. Umso unverständlicher ist es, dass diese Kosten verdoppelt sind, obwohl die CPU die gleiche ist oder weniger. Normalerweise soll es abhängig von CPU und Seltenheit die Kosten abhängen. Offensichtlich wollen sie aber neue Teile einfach schwerer verkaufen, einfach teurer machen wie zum Beispiel die Struts, die unglaublich teuer sind für Baumaterial. Das ist Baumaterial. Aber sie sind sehr, sehr teuer. Dann die Health. Wir haben hier 70.000 und 140.000. Das passt ganz gut ins Portfolio. Wir haben hier nämlich 430.000 plus 130.000 bei diesen Beinen hier. Da hat man eindeutig mehr HP, deutlich mehr HP für die CPU. Da kann man schon sagen, dass die deutlich empfindlicher sind. Kann auch bedeuten, dass man mit 2 Mech-Lags, Sprinter-Lags ganz schnell aufs Maul fliegt. Die Frage ist, wie sieht es mit Resonanz aus? Wie sieht es mit 4 Sprinter-Lags aus? Und so weiter. Wie arbeiten die mit Thrustern zusammen? Angeblich sollen die mit Thrustern zusammenarbeiten. Die sind aber trotzdem mit 2,4 Tonnen. Kein wirkliches Leichtgewicht. Hier wiegen sie nämlich 2,9 Tonnen. Da könnte man eigentlich anpassen. Ich weiß nicht, warum die so verdammt schwer sind in dem Falle. Aber gut. Max-Geschwindigkeit ist 170 und 150. Und das ist auch einen ganzen Teil schneller wie diese Beine. Je nachdem, wie die jetzt mit Thrustern zusammenarbeiten, kann da noch ein bisschen mehr bei rumkommen. Da kann man nichts viel zu sagen bis jetzt. Hier sehen wir die Beine selber. Die Beine sind rechts jetzt das Große, links das Kleine. Deutlich schmaler und gerader. Viel humanoider. Für, wie sie selber sagen, für manche Artboard-Bauer wäre das also schon mal ganz interessant. Da denken die wahrscheinlich auch dran. Persönlich ist mir das nicht so wichtig, wie die aussehen. Im Stream hat man gesehen, was für verschiedene Versionen es gab. So wichtig ist mir das nicht. Wichtig ist Funktionalität. Wir haben hier relativ viele Verbindungspunkte. Das ist kein Problem. Dann werden wir hier wahrscheinlich auch wie bei den anderen Mechlecks, die so eine Hitbox haben, in der wir nicht bauen können. Man sieht hier auch, das Bein bewegt sich sehr weit nach oben an der Stelle. Und das soll ja wahrscheinlich dann nicht klippen. Kann sein, dass es auch nach vorne eine viel größere Hitbox ist, wie bei den jetzigen Mechlecks schon. Ansonsten kann man nicht viel zu diesen Beinen sagen. Bis jetzt. Die Patchnotes sind noch nicht draußen. Wahrscheinlich kommen die morgen. Da muss ich noch überlegen, wie die Patchnotes sind. Ob man dazu eine News macht, ob ich dazu eine Übersetzung mache. Also schreibt auch mal hier in die Kommentare, was ihr überhaupt von Patchnotes vorlesen, übersetzen quasi haltet. Weil das ist ja auch immer ein sehr langes, trockenes Video, wo ich quasi wirklich Text durchgehe und mit euch bespreche. Die Frage ist, will jemand das wirklich auch alles gucken und so? Ich denke mal, die Views sagen ja. Aber ich möchte es auch gerne mal wissen. Vor allem, wenn ich jetzt schon eine News mache über die Beine. Und dann morgen sind dann nochmal über die Beine über den Patch. Aber wie gesagt, es hängt davon ab, wie wichtig die Patchnotes sind. Ich hoffe ja und viele anderen hoffen auch, dass es mehr Balance-Fixes gibt mit dem Patch und auch Bug-Fixes. Die neuen Ketten, die ich ausprobiert habe jetzt, ein bisschen genauer ausprobiert. Ich bin damit auf meinen Kampf gefahren und so weiter. Aber es haut immer noch nicht hin. Viele haben davon berichtet, dass die Beine Ketten deutlich driften oder dass sie nicht mehr vernünftig fahrbar sind, wenn man ganz viele von diesen Ketten hat. Und ich muss auch zugeben, wenn ich jetzt auf den Oberkloch gucke, guck mal wie ich hier in den Kreis rutsche. Wie auch zuvor fühlt es sich nicht so an, als wenn man Ketten fahren. Es fehlt ja Sound und alles. Teilweise habe ich auch komische Sachen beim Rückwärtsfahren erlebt. Hier zum Beispiel, jetzt kann ich nicht um die Rechts fahren aus irgendeinem Grund. Fühlt sich ja doch nicht sehr gut an. Sie sind, was jetzt zum Beispiel dieses Fahrzeug speziell angeht, deutlich besser geworden. Weil dieses Fahrzeug vorher große Probleme hatte, überhaupt vernünftig fahren zu können. Dennoch, Ketten sind definitiv immer noch nicht gut. Und Mechilex ersetzen Ketten eindeutig. Immerhin sind Ketten schon mal deutlich schneller jetzt. Huch. Als Mechilex selber. Vorher waren ja Mechilex schneller als Ketten, wenn man sie mit Hammer benutzt. Jetzt hat man hier solide 190, 195 Meilen die Stunde. Immer noch so ein bisschen wackelig. Dennoch, ich bin mit denen in ein Battle Arena gegangen. Und es war die Sache nicht wert. Diese Ketten sind absolut mit die schlechtesten Bewegungsitems immer noch. Am schlimmsten natürlich die Insect Legs. Ich habe auch ein Hover ausprobiert. War damit auch alleine. Ich habe auch verloren und habe deutlich zu spüren bekommen. Auch in Battle Arena. Das Flugmeter ist sehr, sehr stark. Ich hatte erst wieder ein wirklich erfolgreiches und zufriedenstellendes Spiel. Ich war zwar hier mit den Hover immer noch gut, aber ich habe als Team definitiv stark verloren. Aber erst als ich mit diesen Coptern, die ich gebaut habe, ankam, war das Spiel dann wieder erträglich. Man hat endlich was gehabt, wo man erst mal andere Fluggeräte gut abschießen kann. Das braucht man unbedingt. Und man war selber fliegend. Das ist einfach momentan ein krasser Vorteil. Auch ist das Matchmaking momentan nicht sehr gut. Die Teams sind oft unfair oder Leute mit falschen CPU in seinem Match. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Problem, was wir momentan sehr stark sehen. Die Steamscharts sind, ähm, wir haben damals schon über Steamscharts geredet und gesagt, uh, die Spiele-Zahlen sind aber gering und da ist wirklich wenig und so. Uh, die ist mal besser geworden. Aber was ist, wie es jetzt aussieht, das ist wirklich, wirklich brachial. Wir haben hier Zahlen, die kann man nicht mehr mit den besten Zeiten in irgendeiner Weise nahe bringen. Aber auch ab, ja, ab Mitte letzten Jahres ist es wirklich sehr, sehr gering. Wir waren schon mal so gering, aber jetzt sind wir bei 3.800 angekommen. Das ist ein neues Super-Tief. Und wir sehen höchstens mal 7.000 Spieler gleichzeitig im Spiel. Wir hatten früher, obwohl nicht sehr viele Average-Spieler waren, immer noch sehr hohe Peaks zwischendrin gehabt, wo mal die Leute sehr aktiv waren und dann muss auch wieder hochgehen, geht. Aber jetzt, seit einiger Zeit, geht es nur noch runter. Das Social- und das Klein-Update hat nicht sehr viel geholfen. Einmal, weil die Social-Features immer noch irgendwie sehr roh wirken. Der Chat ist immer noch irgendwie einfach nur ganz orange. Man hat überhaupt keine Vorhebung, wo der Name ist, wo der Chat ist und welchen Channel man ist und so. Das ist einfach nur eine orange Wand, das ist einfach nicht sehr perfekt. Die Clans selber sind schön und gut, dass sie es eingefügt haben und irgendwo schon anfangen. Aber momentan machen sie noch nicht sehr viel. Also haben sie auch nicht geholfen, Spieler irgendwie zu motivieren. Ja, Freejam und Robo-Kraft, das könnte irgendwann in den Bach runtergehen, wenn es diese Tendenz weiter hat. Das ist sehr schade. Das würde mich selber auch sehr fertig machen. Ich selber spiele deutlich weniger. Ich habe inzwischen über 2000 Stunden, 2012. Und in zwei Wochen habe ich nur 11 Stunden gespielt. Früher war es so, ich kam nach Hause, Robo-Kraft, bis ich müde bin, ins Bett. Quasi. Da habe ich 11 Stunden in drei Tagen gespielt, quasi. Und jetzt in zwei Wochen habe ich so viel wieder geschafft. Das ist nicht allzu viel. Das ist ein bisschen schade. Ich spiele auch nebenher andere Dinge natürlich. Ist Robo-Kraft für mich nicht tot. Aber ich habe deutlich weniger Motivation, deutlich weniger Spaß, wie früher daran. Es ist regelmäßig immer zu spielen. So viel ist klar. Am meisten macht Robo-Kraft immer noch Spaß im Platoon, weil man da einfach mehr reißen kann. Mehr bestimmen kann. Und Sachen wie schlechtes Matchmaking oder Dinge, wie dass da Leute aus dem Spiel rausfliegen und so irgendwie beheben kann. Cue-Sync mit anderen Leuten, Cue-Sync mit Streamern und solche Sachen. Das ist alles noch drin. Das macht alles noch Spaß. Das ist alles noch schön. Hier und da auch mal bauen. Das ist auch toll. Für das Pirate-Event, was zum Glück vorbei ist, weil inzwischen haben mich die Kennenbauten doch hart genervt. Vor allem, als ich die Tracks und den Hover mal getestet habe im Solo-Play. Aber für dieses Event habe ich ein bisschen an Gottscha rumgebastelt. Der ist jetzt ein Pirate-Gottscha. Ist ganz hübsch geworden. Hier mit, wie heißt das hier? Kopftuch und Holzbein und Narbe. Und ich habe hier am Maskottchen rumgebaut. Das Maskottchen habe ich auch noch ein bisschen weiter abgeändert mit der Narbe und hier vor allem ein echtes Holzbein reingesetzt. Das ist auch ganz schön geworden. Das gibt es natürlich nicht im Shop. Ist gar nicht mein Bot. Natürlich habe ich hier noch das Maskottchen in originaler Form. Für alle Nia-Fans. Gibt es bei Woutz direkt zu kaufen. Oder hier über diesen Namen. Gut, ansonsten shoptechnisch musste ich eigentlich ein paar Sachen nachwiederreichen. Ich gucke, dass ich Dinge wie Noob-Scanal, Gottscha, Atlas-Clan und ich glaube, mein Nia-Bot ist runter. Ich wusste noch nicht, dass der schon abgelaufen ist, ehrlich gesagt. Den jemand reportet oder so? Ja, den Nia-Bot werde ich auch neu hochladen. Weil der Nia-Bot gehört zu der Tribut-Reihe und die Tribute, die sollen online bleiben. Und dann ist der Nia-Clan-Tribut halt. Was halt ähnlich aussehen sollte wie diese hier. Die sieht natürlich mehr aus wie die Nia-Clan-Katze hier vorne. Weil die auch größer ist. Während das hier allerdings ein funktionierender, sehr, sehr, sehr potenter Bot eigentlich sogar ist. Deswegen definitiv ein schönes Ding. Hat keiner mehr gekauft, aber ich stelle es trotzdem hoch. Und wer das Ding kennt, der weiß, dass das Ding gut ist. Das ist ein guter Mech. Definitiv, wenn man Mech sucht, sollte man sich den hier angucken. Immer noch so, dass Plasma-Kleine-SMGs eine gute Mischung ist. Nur auf großer Entfernung, nicht ganz so krass. Da könnte man sich überlegen, hier an den Seiten wieder auf Rates umzusteigen und hier die Nanos hinzumachen. Dann hat man auch wieder was für den Luftkampf eher. Ansonsten, was Fredja machen muss, ist, dieses Flugmeter ein bisschen abschwächen. Momentan ganz beliebt im Flugmeter sind neuerdings solche Boxen nur sehr viel leichter gebaut. Mit ganz viel Thrust dann drin. Ich habe das bei dieser hier, bei diesem Kopter versucht, dass der selber auch so ein bisschen eine Flugbox ist. Oder wie ein Schuriken sich wegdrehen und mit den Thrustern wegfahren kann. Das ist mir nicht ganz gelungen. Ich bin kein Flugbauer, deswegen ist das halt nicht so geworden. Aber was momentan halt wirklich beliebt ist, ist, dass kein Kopter mehr, sondern wirklich so Tesseract-mäßig oder mit ganz vielen Rotz, was eigentlich sogar besser ist. Und sehr, sehr viele kleine Swasta innen drin, alle Richtungen. Und damit dann nur noch durch die Lüfte gleiten mit Camera Steering. Camera Steering macht quasi alles für dich schon ganz alleine. Das musste man nichts mehr können. Camera Steering ist total OP eigentlich. Habe ich schon öfter mal gesagt, Camera Steering ermöglicht zu viel Einfachheit und zu viel Funktionalität. Wir zu wenig möglichst können. Da hat man gerade wieder einen Ruckler gesehen, weil Bernd heute offline gegangen ist. Das heißt, es ist immer noch, immer noch diesen einen Fehler drin, dass die Freundesliste ein paar Ruckler gibt. Hat letztens, glaube ich, Schippe ist auch angemerkt in den Kommentaren. Hier schon wieder Katastronik ist offline und ich keinen Ruckler. Das möchte ich einfach nur mal sagen, ist doof. Hier haben wir noch ein paar schöne Artboards. Den Swiffer Dust Magnet von Swiffer. Wer hätte das gedacht? Kann fliegen. Ist nur ein bisschen schwierig. Also auch nichts für mich. Der schöne Tank hier. Der Sibyl Tank. Die Nier. Event 03 Bots. Und bald werden wir dann auch wohl ein paar Nier 04 Bots sehen. Oder wie hieß es auch mal das kürze? Das hieß irgendwas auch mit Public. Da war euch auch ein P zwischen oder so. Das hieß vielleicht ein bisschen anders, aber hey. Ich glaube, ich habe den Link davon rumgeschickt. Das wird schon bei euch angekommen sein. Und ich würde sagen, das war eigentlich alles. Dazu. Was mir noch einfällt, ist eine große Welle von Negativität, die nochmal ausgelöst wurde zu Freejam oder zu dem Spiel. Und den Stand des Spiels ist, dass der bekannte Robocrafter und YouTuber Rosevolk announced hat, dass er absolut kein Interesse mehr hat, das Spiel zu spielen. Das war schon vorher offensichtlich hat, dass er da weniger macht und dass er seinen eigenen Träumen da schon folgte. Aber er hat das halt offiziell auf Twitter verlauten lassen und auch auf YouTube, dass Robocraft wahrscheinlich nicht wieder von ihnen jemals wieder angefasst wird. Und dass er da zu viel, wie zum Beispiel das Crate-System und so weiter nicht unterstützen kann. Auch ich unterstütze das Crate-System nicht, auch wenn ich so viel Währung habe, dass es mir eigentlich egal sein könnte. Trotzdem, ich habe nicht mehr diese Zufriedenstellung, wenn ich eine gute Score erlange, weil die Crate mir dann total egal sein wird, die dabei resultiert. Das ist RNG und das gefällt mir nicht. Anyway, eventuell gibt es am nächsten Tag noch eine News, den Donnerstag, wenn ich es schaffe, jetzt um diese Zeit noch das Video zu releasen. Das werdet ihr dann sehen. Das schaffe ich vielleicht eher, wenn ich jetzt endlich mal Schluss mache. Also bis zum nächsten Mal. GG. Bye-bye.